Ist nur mit dem Auto erreichbar. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln funktioniert das nicht. Brauche ich mindestens zweieinhalb, drei Stunden. An sich ist meine Anwendung hier mit dem Zug ganz gut. Wir kennen ja alle die Deutsche Bahn. Entsprechend gab es da auch schon den ein oder anderen Nervenzusammenbruch. Es ist auf jeden Fall angenehmer geworden und auch schneller. Die gewonnene Freizeit, dass es deutlich komfortabler ist. Und ich habe jetzt auch Leute kennengelernt vom DZNI, die ich davor halt nicht kannte. Taggemeinschaft finde ich überhaupt gut, wenn sowas möglich ist. Dass es mal eine App gibt, dass es tatsächlich eine Belohnung dafür gibt, wenn jemand fährt. Ich finde es aber auch diesen Anreiz, also den finanziellen Anreiz, finde ich auch einfach mal gut. Ich habe es mir so vorgenommen. Das Ziel ist es, mindestens eine Tankfühlung pro Monat zu verdienen.